Fitness mit Marc, Folge 34. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Heute lernst du 6 Dinge kennen, die deinen Kalorienverbrauch erhöhen. Nummer 5 davon ist ziemlich erstaunlich. Abnehmen ist an sich simpel. Stell ein Energiedefizit her und du nimmst ab. Das heißt, weniger Kalorien essen oder mehr Kalorien verbrennen. Aus der letzten Folge wissen wir idealerweise beides. Na klar, simpel muss nicht leicht bedeuten. Aber die Lösung erscheint vielen Menschen so schwer, weil sie nicht alle Möglichkeiten kennen. Je größer das Spektrum an Werkzeugen in deiner Fetterbau-Toolbox ist, desto leichter findest du einen Weg, der sich für dich gut, leicht und richtig anfühlt. Mein Ziel in der heutigen Folge ist es, dir das ganze Spektrum zu zeigen, das dein täglicher Energiebedarf dir bietet. Ich möchte dir die andere Seite der Fettverbrennungsformel zeigen und ich will dir zeigen, wie du sie steuern kannst. Deinen Kalorienbedarf am Tag. Was beeinflusst deinen täglichen Kalorienverbrauch? Wenn du kein Konzept davon hast, was das beeinflusst, dann wird es dir schwer fallen, ein Energiedefizit überhaupt herzustellen. Dann wird es dir schwerer fallen, Fett abzubauen und schlank zu bleiben. Ein Freund von mir nennt das Abnehmen nach dem Zufallsprinzip. Aber wenn du die sechs Elemente kennst, aus denen dein täglicher Energiebedarf berechnet wird, dann sitzt du am Steuer. Dann kannst du die Stellschrauben beeinflussen, die deinen Körperfettanteil sinken lassen oder, wenn du Muskeln aufbauen willst, ein Kalorienplus erzeugen. Wie berechnet sich dein täglicher Kalorienbedarf? Wie erhörst du deinen Kalorienverbrauch? Ganz offensichtlich durch Training. Aber wusstest du, dass dein täglicher Kalorienbedarf durch insgesamt sechs Elemente beeinflusst wird? Die gute Nachricht ist, du kannst jeden dieser sechs Faktoren beeinflussen. In einigen Fällen kannst du ihn sogar massiv beeinflussen. Wenn du deinen Stoffwechsel ankurbeln willst, wenn du schnell abnehmen willst, dann kannst du jedes der sechs Elemente eins nach dem anderen durchgehen und du kannst es so weit wie möglich anheben. Also lass uns die sechs Faktoren eine nach dem anderen mal durchgehen. Punkt Nummer eins ist dein Grundumsatz. Du findest das auch als kurz vorm RMR steht für Englisch Resting Metabolic Rate. Das ist die Energiemenge, die du benötigst, um alle lebenswichtigen Funktionen deines Körpers am Laufen zu halten. Der Grundumsatz macht mit etwa 60 bis 75 Prozent den Löwenanteil deines täglichen Bedarfs aus. Wenn du also die Kalorienmenge erhöhst, die du ganz automatisch und in Ruhe verbrennst, dann kann das deinen Körperfettanteil mit der Zeit ganz erheblich beeinflussen. Ob Cardiotraining deinen Grundumsatz langfristig erhöhen kann, wird noch erforscht. Aber zwei Dinge können wir mit Sicherheit sagen. Erstens, du kannst deinen Grundumsatz durch intensives Ausdauertraining und durch Krafttraining zeitweise erhöhen. Und zweitens, die Höhe deines Grundumsatzes steht im direkten Zusammenhang mit der Masse, also dem Gewicht deiner Muskeln. Schlussfolgerung, wenn du durch zu krasse Diäten Muskeln abbaust, dann sinkt dein Grundumsatz. Und wenn du durch das richtige Essen und das richtige Krafttraining Muskeln aufbaust, dann steigt dein Grundumsatz. Zweites Element, richtiges Krafttraining. Das R der Markformel. Viele Menschen vermeiden Krafttraining, weil sie glauben, es hätte nichts mit Fettabbau zu tun. Und das ist ein Irrtum. Viele Frauen meiden schwere Gewichte, weil sie glauben, sie würden schnell massiv werden wie eine Bodybuilderin. Und auch das ist ein Irrtum. Krafttraining steht in der Markformel nicht ohne Grund vor dem Cardiotraining. Erstens verbrennt Krafttraining genauso viel Kalorien wie Cardiotraining. Im Gegensatz zum Cardiotraining drückt richtiges Krafttraining allerdings zwei weitere Stoffwechsel-Gaspedale voll durch. Denn zweitens steigt sowohl dein Grundumsatz, indem du Muskeln aufbaust, als auch der Kalorienverbrauch nach dem Training. Dazu komme ich im übernächsten Punkt. Richtiges Krafttraining verbrennt stattliche 6-9 Kalorien pro Minute und noch mehr. Selbst dann, wenn du die Satzpausen mit einberechnest. Krafttraining hat also absolutes Breitensportpotenzial. Und es ist mehr als nur eine Nischensportart für Bodybuilder, Strongman oder Powerlifter. Denn Krafttraining hilft dir wie keine andere Trainingsform dabei, Körperfett abzubauen. Wenn es so etwas gibt wie eine Fettverbrennungs-Wunderpille, dann ist es Krafttraining. Drittes Element, das Cardiotraining, das K, das letzte Element der Markformel. Cardiotraining ist eine der effektivsten Möglichkeiten, wenn du Kalorien verbrauchen willst, wenn du Fett verbrennen willst. Wie sehr dein täglicher Kalorienbedarf sich durch Ausdauertraining verändert, das hängt davon ab, wie intensiv du trainierst, wie lange du trainierst und wie oft du trainierst. Wenn deine Kalorienaufnahme jetzt konstant bleibt, dann kannst du bis zu einem gewissen Grad, durch mehr Ausdauertraining, mehr Fett verbrennen. So bis zu einem gewissen Grad, weil du möchtest dich nicht zu sehr stressen. Du möchtest auch nicht ins Übertraining kommen. Das hatten wir in der letzten Folge schon angerissen. Wo liegt die wirksame Dosis? Im Coaching habe ich die besten Erfahrungen gemacht mit so einer 45 Minuten Cardioeinheit moderater Intensität oder du machst ein 20 bis 30 Minuten High Intensity Interval Training. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um Fett abzubauen. Mehr dazu findest du in den Shownotes. Da habe ich noch weitere tiefer gehende Artikel verlinkt, zum Beispiel wie sieht ein gutes High Intensity Interval Training aus. Wenn du sehr intensiv trainierst, dann verbrennst du auch nach dem Training noch einige Zusatzkalorien. In den meisten Fällen wirst du einen Großteil Energie beim Cardiotraining jedoch während der Session verbrennen. Aber was ist das für ein Effekt, der nach dem Training eintritt? Das ist der vierte Punkt, das vierte Element. Das ist der sogenannte Nachbrenneffekt. Denn wenn du intensiv trainierst oder lange trainierst, dann schaltet dein Stoffwechsel für die nächsten zwölf bis 24 Stunden eine Stufe hoch. Im Extremfall kann der Effekt sogar bis zu 48 Stunden lang anhalten. In der Fachsprache, nur damit du es gehört hast, heißt der Effekt auch EPOC. Das steht für Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Die deutsche Übersetzung würde in etwa Sauerstoff mehr Verbrauch nach dem Training heißen, ist aber auch nicht unbedingt handlicher. In der Praxis nennen wir das Ding einfach Nachbrenneffekt. Wie viele Kalorien du durch den Nachbrenneffekt jetzt zusätzlich verbrennst, das hängt davon ab, wie intensiv du trainierst und wie lange du trainierst. Die Trainingsintensität ist allerdings der wichtigere Aspekt. Denn mit zunehmender Trainingsdauer nimmt der Nachbrenneffekt linear zu. Das heißt, wenn du doppelt so lange trainierst, hast du einen doppelt so hohen Nachbrenneffekt. Aber mit zunehmender Intensität nimmt der Nachbrenneffekt exponentiell zu. Das heißt, konkret haben Studien ergeben, wenn du die Intensität zum Beispiel um 20 Prozent erhöhst, dann hast du einen 120 Prozent höheren Nachbrenneffekt. Dieser Effekt schlägt allerdings nur bei sehr intensivem Training an, zum Beispiel beim High Intensity Interval Training oder eben beim richtigen Krafttraining. Dieses High Intensity Interval Training ist wirklich eine tolle Möglichkeit, also sowas wie kurze, knackige Sprints empfehle ich aber definitiv eher fortgeschritten. Einsteiger und Menschen mit Übergewicht sollten auf hochintensives Training erstmal verzichten, um Verletzungen zu vermeiden. Die sollten sich zunächst mal moderater und dafür ein bisschen länger betätigen, also moderates Kardiotraining, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ich komme zum fünften Element. Das ist der thermische Effekt durch Lebensmittel. Ziemlich spannendes Thema. Wenn du etwas isst, erhöht sich dein täglicher Kalorienbedarf. Denn Verdauung kostet auch Energie. Dieser Vorgang heißt Thermic Effect of Food, T-E-F abgekürzt, auf Deutsch eben thermischer Effekt durch Lebensmittel. Dieser thermische Effekt macht etwa 10 Prozent deines täglichen Kalorienbedarfs aus. Gar nicht so wenig. Und du kannst den thermischen Effekt erhöhen, indem du Lebensmittel isst, für deren Verdauung dein Körper mehr Energie aufwenden musst. Also auch hier spielt die Qualität wieder eine Rolle. Je weniger verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto mehr Energie muss dein Körper in den Verdauungsprozess investieren. Das ist neben den Inhaltsstoffen selbst ein Grund dafür, dass Menschen, die viel Fertignahrung essen, meist einen höheren Körperfettanteil haben, als die, die hauptsächlich Natürliches verzehren. Außerdem nimmt die Zusammensetzung deiner Mahlzeit einen ziemlich großen Einfluss auf diesen thermischen Effekt. Denn einige Makronährstoffe fressen einfach mehr Kalorien als andere. Das heißt konkret, ein Teil der im Lebensmittel enthaltenen Energie wird im Verdauungsprozess wieder verbraucht. Und zwar, lass uns das einmal kurz für die einzelnen Makros durchgehen. Für Kohlenhydrate heißt das, um Kohlenhydrate zu verdauen, muss dein Körper 5 bis 15 Prozent der enthaltenen Kalorien investieren. Die gehen also runter. Bei Fett sind es auch 5 bis 15 Prozent. Und jetzt wird es spannend. Bei Eiweiß sind es 20 bis 35 Prozent der enthaltenen Kalorien. Das heißt, die Verarbeitung, die Verstoffwechslung von Eiweiß ist ziemlich ineffizient. Wenn du dich proteinreich ernährst, dann steigt dein täglicher Kalorienbedarf. Deshalb nehmen viele Menschen mit einer eiweißreichen Ernährung bei gleicher Kalorienzufuhr schneller ab. Und ein weiterer Grund ist, dass Protein ein sehr wirksames Mittel ist, um einfach den Appetit zu zügeln. Protein macht satt und es schützt deine Muskeln im Kaloriendefizit. Wenn du ins Defizit gehst und ausreichend Protein zuführst, dann sinkt auch das Risiko, dass sich dein Körper an den Muskeln bedient und diese abbaut. Es gibt Studien, die zeigen, dass bereits dann eine positive Veränderung des Körperbaus eintritt, also weniger Fettanteil, mehr Muskeln, wenn lediglich eine Portion gesättigter Fette oder verarbeiteter Kohlenhydrate durch Proteine ersetzt wird. Mehr zum Thema Eiweiß erfährst du auch in Folge 12 dieses Podcasts. Ich komme zum letzten Element. Nummer 6. Thermogenese durch Bewegung im Alltag. Kurz NEAT. NEAT steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Also auf Deutsch übersetzt Thermogenese durch Bewegung im Alltag. Was ist damit gemeint? Das sind alle Bewegungen im Alltag, die du außerhalb deines Trainings durchführst. Zum Beispiel Bewegung im Büro, beim Arbeiten, Stehen, Gehen, Tanzen, Shoppen, Gärtnern, Hausarbeit, Sex, Kauen, Reden, mit dem Fuß wippen und so weiter. Natürlich verbrauchen einige dieser Tätigkeiten mehr Energie als andere, aber jede noch so kleine Bewegung verbrennt Kalorien. Ich weiß, auf den ersten Blick erscheint die Idee, dass du deine NEAT durch mehr Bewegung im Alltag erhöhst, nicht sonderlich effektiv, aber das täuscht. Tatsächlich kannst du diesen Verbrauch ganz leicht erhöhen. Und zwar kannst du mehr Kalorien verbrennen, ohne zu schwitzen. Und dazu findest du einige tolle Anregungen in den Shownotes. Okay, nun kennst du die sechs Faktoren, aus denen sich dein täglicher Kalorienbedarf berechnet. Und nun, solltest du jeden dieser sechs Energiefaktoren haargenau erfassen? Solltest du das tracken? Und das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Marc, muss ich die Kalorien zählen, die ich täglich verbrenne? Vielleicht fragst du dich auch, ob du die Kalorien, die du im Workout und eben auch im Alltag verbrennst, ob du das alles tracken sollst. Vielleicht weißt du, ich halte viel davon, dass du bestimmte Werte trackst. Zum Beispiel deinen Körperbau, deine Ernährung und auch deinen Trainingsfortschritt. Die Kalorien, die du im Training verbrennst, die brauchst du allerdings nicht zu verfolgen. Warum? Weil die meisten Messmethoden super ungenau sind. Und zwar so ungenau, dass das Erfassen der Kalorienwerte eher Beschäftigungstherapie ist. Wenn du im Internet mal googelst, dann findest du Kalorientabellen für verschiedenste Sportarten. Ich habe das auch auf Marathon Fitness auf meinem Blog nochmal zusammengetragen. Wenn du in die Shownotes guckst, klick einfach auf den Link. Da siehst du Übersichten von Breakdancen bis zum Fußballspielen, bis zum Klettern. Du siehst dort alles in einem Überblick. Aber diese Werte sind Durchschnittswerte. Das sind Werte, die statistisch ermittelt wurden. Die können sehr von deinem individuellen Kalorienverbrauch abweichen. Und zwar so sehr, dass das Tracken nach Tabellenwert nicht unbedingt hilft. Mein Ziel in dieser Folge ist es, dass du das Konzept verstehst, um das es hier geht. Das sind nämlich zwei Fragen. Erstens, was beeinflusst deinen täglichen Kalorienbedarf? Und zweitens, was kannst du tun, um deinen Kalorienverbrauch zu erhöhen? Und meine Empfehlung an der Stelle ist, keep it simple. Schätz deinen Kalorienbedarf einfach mit meinem Kalorienrechner auf Marathon Fitness ab. Der funktioniert ziemlich gut. Ich verwende den selbst im Coaching und meine Kunden machen damit auch gute Fortschritte. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und dieser Rechner berücksichtigt deinen Aktivitätslevel auch. Also du gibst dort ein, trainierst du dreimal die Woche, viermal die Woche oder fünfmal die Woche oder so. Ja, auf dem Level findet das Ganze statt. Und das reicht. Vielleicht gehörst du ja auch zu den analytischen Menschen, die gerne alles tracken oder einfach Spaß an Technik-Tools haben. Dann willkommen an Bord. Ich bin auch so einer. Und dann sage ich dir, wenn du Spaß dran hast, go for it. Tracke, was das Zeug hält. Ich bin sicher, du lernst etwas aus den Messdaten, die du dann bekommst, solange du sie mit dem nötigen Abstand betrachtest. Und das wäre meine Empfehlung auch an der Stelle. Und du darfst da wirklich Spaß dran haben. Dieser Part ist definitiv optional. Falls du dich davon angesprochen fühlst, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Es gibt tatsächlich eine mir bekannte Methode, mit der du auch mit Hausmitteln, in Anführungszeichen, also mit einem Tracker, ziemlich genau deinen Kalorienverbrauchswert messen kannst. Und das ist ein Armband, das nennt sich Sensewear. Ist relativ teuer, kommt aus dem medizinischen Bereich. Und mit etwas Glück bekommst du das auch als US-Import deutlich günstiger. Die Links dazu auch bei mir auf dem Blog. Dann gibt es noch lauter Aktivitätstracker. Ich bin ja selbst ein großer Fan vom Fitbit zum Beispiel. Oder wenn du aufs Kardiogerät steigst, dort werden auch immer Kalorienverbrauchswerte angegeben. Die kannst du aber im Prinzip knicken. Weil das sind super ungenaue Schätzwerte. Die kannst du notieren, aber ich würde sie nicht für bare Münze nehmen. So, und dann kommt ja demnächst noch die Apple Watch raus. Oder je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Vielleicht ist sie auch schon draußen. Ich bin mal gespannt, was die kann. Wie gut dort die Werte sind. Kann ich noch nichts zu sagen. So, und für alle anderen gilt, schau dir deine Fortschritte an. Baust du Körperfett ab oder nicht? Wie verändert sich dein Körperbau? Falls sich überhaupt nichts tun sollte, dann befindest du dich höchstwahrscheinlich in einem Kaloriengleichgewicht. Und dann darfst du nochmal an beiden Seiten der Gleichung arbeiten. Entweder im Kalorienverbrauch oder an der Kalorienaufnahme. Bisher war es ja ziemlich technisch, ziemlich theoretisch. Ich habe nochmal in den Show Notes ein Fallbeispiel aufgelistet. Und ich sage dir mal, worum es geht. Nur da gibt es auch eine Grafik. Und die kann ich hier in meinem Podcast ein bisschen schwer rüberbringen. Also schau es dir einfach mal an, marathonfitness.de, schrägstrich Podcast, wie immer. Was ist das für ein Fallbeispiel? Es ist einfach ein Gedankenexperiment. Wenn du dir mal vorstellst, du nimmst zwei eineiige Zwillinge und die leben einen völlig unterschiedlichen Lifestyle. Zwilling A ist der typische Durchschnittseuropäer. Er macht keinen Sport, bewegt sich wenig im Alltag, nutzt das Auto, nutzt den Fahrstuhl und ernährt sich völlig durchschnittlich. Also kauft sich was beim Pizzamann, kauft sich was unterwegs beim Bäcker und so weiter. Und Zwilling B lebt einen aktiven Lifestyle und ernährt sich bewusst. So, da es eineiige Zwillinge sind, sind ansonsten alle Voraussetzungen identisch. Das Geschlecht ist gleich, Alter ist gleich, Körpergröße ist gleich. Und nehmen wir einfach mal an, das Körpergewicht ist auch gleich. So, und dann ist natürlich spannend, wie sehr kann eigentlich der Kalorienbedarf am Tag nur durch diese Lifestyle-Faktoren variieren. Und das habe ich mal so als Abschätzung grafisch dargestellt. Findest du, wie gesagt, in den Shownotes die Grafik. Was ist das Ergebnis? Zwilling B, kannst du dir vielleicht auch schon denken, benötigt am Tag erheblich mehr Energie als sein Bruder, weil er einfach aktiver ist, weil er sich besser ernährt. Zum Beispiel ist sein Grundumsatz höher, weil er Krafttraining macht. Er hat mehr Muskeln und weniger Fett. Obwohl das Gewicht gleich ist, das erhöht den Grundumsatz. Da er sich besser ernährt, hat er auch einen höheren thermischen Effekt durch Essen. Er setzt auf natürliche, meist unverarbeitete Lebensmittel und ernährt sich proteinreich. Dadurch steigt ja auch die Energie, die seine Verdauung benötigt. Dann bewegt er sich mehr im Alltag. Er lässt das Auto stehen, nimmt die Treppe statt den Aufzug, führt Telefonate auch mal im Spazierengehen. Und nicht so gut er lässt, er trainiert eben auch. Durch das Training hat er eben auch diese drei Faktoren. Richtiges Krafttraining, Kardiotraining und eben den Nachbrenneffekt, den Epoch. All das erhöht seinen Energieverbrauch. Und er kann durchaus mal ein Drittel höher liegen als bei seinem Bruder. Natürlich wird das Beispiel konstruiert, aber es zeigt, welchen Effekt es haben kann, wenn du deinen Lifestyle Schritt für Schritt veränderst. Am besten fängst du einfach in den Bereichen an, in denen dir eine Umstellung wirklich leicht fällt. Viele Menschen denken, wenn sie überlegen, okay, wie kann ich mehr Kalorien verbrennen? Viele Menschen denken dann nur an Ausdauersport oder sie denken nur an Training. Dabei gibt es so viele Mehrmöglichkeiten, wenn du mehr Kalorien verbrennen willst. Mein Ziel mit der heutigen Folge war es, dir das ganze Spektrum zu zeigen, was du alles beeinflussen kannst. Und jetzt kennst du nicht nur ein, zwei Elemente, sondern du kennst ganze sechs Energiefaktoren, die du allesamt selbst beeinflussen kannst. Ich habe dir auch am Ende der Shownotes, geh einfach mal rein, habe ich dir nochmal weiterführende Artikel verlinkt, bei mir auf dem Blog, zu jedem einzelnen der sechs Elemente. Wiederholen wir die nochmal kurz. Das ist einmal der Grundumsatz, dann das richtige Krafttraining, das Kardiotraining, der Nachbrenneffekt, der thermische Effekt durch Essen und nicht zuletzt die thermogenese Durchbewegung im Alltag. Es ist eine gute Idee, wenn du einfach entspannt bleibst. Wenn du eine Gewohnheit zur Zeit veränderst, während dein Kalorienbedarf langsam ansteigt. Vielleicht setzt du beim Training an, vielleicht bewegst du dich ab heute im Alltag einfach etwas mehr oder du arbeitest an deiner Ernährung. In welchem der Bereiche möchtest du was verändern? Oder vielleicht hast du bereits was verändert? Und falls ja, wie äußern sich die Effekte? Was nimmst du dir ab heute vor, damit dein täglicher Kalorienbedarf steigt? Die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen, die ihre Vorhaben aufschreiben und unter gleichgesinnten Teilen leichter und erfolgreicher dranbleiben. Also, wenn du willst, schreib einen Kommentar in den Shownotes und schreib einfach, was deine Erfahrungen sind, was du vorhast. Wer schreibt, der bleibt. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, die Dinge umzusetzen. Und natürlich viel Spaß. Und abschließend möchte ich heute mit einer Bewertung, die ich auf iTunes gekriegt habe, von Chris Kessler. Chris, vielen Dank dafür. Du schreibst, Hallo Marc, nun habe ich mich mal aufrassen können, eine Rezension zu schreiben. Nicht, weil ich unmotiviert wäre, weil mir deine Folgen nicht gefallen, sondern, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, endlich nackt gut auszusehen. Ich habe schon immer viel trainiert, aber der letzte Schliff hat mir immer gefehlt. Durch deine regelmäßigen Podcast-Folgen habe ich ihm endlich diesen letzten Schliff verpassen können. Dein Podcast ist sehr informativ, witzig, aufschussreich und einfach nur hervorragend. Ich hoffe, du machst weiter so. Liebe Grüße, dein Dranbleiber Chris. Chris, vielen herzlichen Dank und dir wünsche ich viel Spaß und Erfolg auf dem Weg zu deinem Körper in Richtig. Bis zum nächsten Mal.